Okay, dann lasst uns anfangen. Wir sind im 5.1.5.1 Channel. Äh, Pörner hast du gesagt. Ich hoffe, das war kein Troll oder so. Deswegen machen wir erst die Feuerrollen. Äh? Aha. Geht los. Ja, bin da. Diese Sascha ist da hier. Hast du die Login-Daten? Hast du mir schon geschickt, ne? Du's cool. Hey! Oder wie immer man das ausspricht. Ich mach's erst streamen. Gut luck. Viel Spaß. Yo, Alex. Viel Spaß dir. Pörner. Um Diebe zu ärgern. Ah, okay. Aber, äh, wollte er den überhaupt haben? Äh. Ja, ja. Ah, ja. Erster Lightning. Nee. Over. Game over hier. Game over. Das ist echt Game over. Oh, ja. Lightning ist hier. Feuer, Elemental Scrolls. Na gut, nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wahi. Wahi. Hey. Orion. Orions Zeit ist auch irgendwie over. Also, nicht over, over. Ja. Aber, wie oft der früher genutzt wurde, ja. Boah. Das war eigentlich jeder. Hat der irgendwie Orion genutzt. Jeder. Und jetzt? Naja, ab und an mal. Man sieht ihn ab und an mal. Oh, come on. Kurierhai. Materia Cat. Pinguin. Ah, ja. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Skill up? Nein. Der ist auch gut, aber... Ich rede von Orion. Weißt du, ich möchte, ich möchte keine Brownies. Ja, Stella auch nice. Stella immer noch nice. Immer noch nice. Zum Beispiel, äh, Feuerrift. Ja, ist nur ein Beispiel. Immer noch auch bei Dragons. Ja, auch noch nice. Oh. Komm. Jetzt hau mal einen raus. 145 noch. Wir haben so viele. Wir haben schon... Wir haben bald... Bald? Noch nicht jetzt. Wir haben bald 200 geöffnet. Warum wird mir der normale Preis beim Sub angezeigt? Dachte es September. Äh, wenn du am Handy, äh, online bist, dann wird es nicht angezeigt, denke ich mal. Oder auf dem iPad oder... Oder, ne, iPad. Nicht auf dem Tablet oder sowas. Keine Ahnung. Muss dann PC sein. Aber ja, dann... Schweiner. Aber dann sind natürlich die Subs um 50% günstiger. Bis zum, weiß ich nicht, keine Ahnung, 22. September oder so. Ich weiß nicht genau wann. Ich bin da PC. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Aber nochmal... Also, bei mir wird es angezeigt. Das ist ein Nut5. Woher habe ich das gewusst? Chat, woher habe ich das gewusst? Kommt, haut rein. Woher habe ich das gewusst, dass das ein Nut5 ist? Kommt, haut rein. Ich bin's. Ich bin's. Opening sehr gut. Opening sehr gut. Ich sehe schon am Lightning. Weil der Skip weg... Nein! Ich habe es doch vorher schon gesehen. Ich habe es doch vorher schon gesehen. Ja, der Blitz des Backkorns. Ja, genau. Das ist so einfach. Wasser? Theo? Also, sicher? Ich, 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 ich lock Theo ein. Danke für den Nut hier. Ich lock Theo ein. Theo. Theo? Ich will, ich will mir hundertprozentig sicher sein. Weil hier viele scammen natürlich. Ne, ne, ne. Ich warte hier, was er, was er sagt. Leckt immer, ja. Sicher. Okay, sicher Theo. Okay. Erster Nut5 auf dem Account. Zweiter Nut5 am heutigen wunderschönen Tag. Andere wäre dupe. Okay. Äh, also. Jetzt nochmal Frage an dich. Blessing wollen? Ja oder nein? GZ. Ja. Wo ist er? Mats. Wo, wo ist er? Mats. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Da ist er doch. Aha. Abstimmung. Wer ist, wer, was ist schlimmer? DPD oder Hermes? Nicht die Menschen da. Nicht die Menschen, die können dafür nichts für das System. Hermes oder DPD? Haut mal rein. Komm, haut mal rein. Das ist das beste Thema. Nee, nee, DL nicht. Hermes oder DPD? Wer ist schlimmer? Hermes oder D... Hermes. Guckt mal an. Hier, Hermes. Ich seh hier nur Hermes. Ich seh nur Hermes hier. Okay, jetzt kommt nochmal ein bisschen DPD. Okay, jetzt kommt nochmal ein bisschen DPD. Amazon. Hä? What? Weil auf dem Päckchen da mal Amazon Prime steht oder was? Ich bin DPD-Fahrer. Nichts gegen die Menschen, wie gesagt, ja? Die können dafür gar nichts. Aber Hermes, muss ich echt sagen, also denen ihre Theorien, dass man um 12 Uhr zu Hause ist und am nächsten Tag es nochmal um 12 Uhr probiert und dann am übernächsten Tag beim Tritt mal nochmal um 12 Uhr probiert, finde ich irgendwie merkwürdig. Muss ich echt sagen. Und das alles Montag, Dienstag, Mittwoch. Und dann haben wir ein Paket zurückgesendet. What? Äh, hallo? Warum? Komm. Drei Lightnings. Ich will drei Lightnings sehen jetzt. Ich will drei Lightnings sehen. Ah, der erste. Okay, nicht Hall of Heroes. Nicht Hall of Heroes. Hall of Heroes. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Erste Rolle. Erster Lightning. So muss es weitergehen. So muss es weitergehen. Aber ich gucke mal ganz kurz, welche das war. Ich verwechsel die immer mit dem Licht. Kraft alle Feindheiten um die Dauer der schädlichen Effekte für Änderungen. Ah ja, zu erhöhen. Und die Dauer der Puzzle-Effekte der Feinde um eine Runde. Ah ja. Ah. Fand ich nicht schlecht. Ich glaube, die hast du doch auch, Max. Die hast du doch auch. Die habe ich dir auch schon mal gezogen, ne? Das war die, ja. Kraft alle Gegner an. Und ein Kassel für zwei Runden. Und ein Kassel für fünf. Und ein Kassel für fünf. Und ein Kassel für fünf. Doch, das war die. Finde ich gut. Die finde ich wirklich gut. Gut, auch auf Vio gebaut würde ich die sogar echt nicht schlecht finden. Wenn man erst den Skill nutzt hier, sehen wir mal von aus, er hat eine Runde Will oder so. Dann reduzieren wir die eine Runde. Und dann hat er keinen Will mehr. Und dann nochmal das hier. Und dann nochmal Angriffstempo. Zwei Runden ist nicht schlecht. Und Angriffsparken auch nochmal um 50 Prozent auf alle. Finde ich, finde ich, finde ich echt gut. Also, so kann das Opening weitergehen. Ja? So wollen wir das sehen. So kann es weitergehen, ja? Also, es war für Hermes, ja? Für Hermes. Gäu. Gäu. Oh ja. Komm. Ex-Mann. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Streetstars brauchst. Streetstars. Jetzt hast du Hermes gesagt, das bringt Unglück. DPD. DL. DL. Komm. Wir wollen nicht im nächsten Jahr unseren Leitenden Dark Knight Five haben. Wir wollen jetzt einen Leitenden Dark Knight Five haben. Oder einen coolen Forster. Ein Horrorfeuers. Ey, es muss erstmal überhaupt nochmal ein Blitz kommen. Chat. Ja. Komm, ich schreib mal rein hier. L. Hier in die Gilde hier. L. Und. D. Warte mal. Hier. Hallo, was machst du? L. D. Nat. Five. If. Please. Die Gilde ist voll aktiv hier, ey. Come on. Wo sind die Leitnings? Es hat mit dem Lightning angefangen. Das muss so weitergehen hier. Ja, der Tau ist, den nehmen wir auch. Warte, der kommt schon wieder. Der ist schon wieder, der ist schon Welt unter hier. Komm. Im Champ. Es ist mir leid, der hier. Komm, du hast sagt nein. Ja, wahrscheinlich. Ah ja. Okay, Iona. Iona nehmen wir auf jeden Fall. Ist ein guter Reviver. Iona nehmen wir. Kein Hall of Heroes. Kein Hall of Heroes. Der Chat sagt nein. Nein, nein, nein. Der Chat muss ja sagen. Der Chat muss ja sagen. Kein Hall of Heroes. Das ist gut. Okay. Okay. Ja, vier normale noch. Danach haben wir noch Peace. Skill ab für sie gesammelt. Na, sehr schön. Guck mal, er hat sich doch schon mal gelohnt. Dann werden es wenig... Guck mal, zwei... Das ist... Das ist nicht selbstverständlich, dass zwei nicht Hall of Heroes Monster kommen. Ja, er muss erst mal ein dritter Lightning. Ich habe gesagt, drei Leitnings. Komm. Komm, 27 Lighten Darks für uns. Wir haben aber jetzt an sich schon für Lighten Dark... Haben wir an sich echt schon eine gute Rate. Der von damals lässt einen Zub, 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 Zub da. Ich hoffe, du hast den auch 50% günstiger bekommen. Der von damals 1, 2, 3. Dankeschön. Für sieben Monate. Sehr schön. Subpipes werden auch im Chat gepostet. Nee, 27 waren es. Zwei, drei, ja. Ja, zwei wäre halt normal. Es wäre okay. Wir wollen nicht zu viel. Doch eigentlich schon, oder? Doch eigentlich schon. Komm, vier Stück noch. Vier. 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 Es wird eng, Leute. Es wird hier eng. 0,35. Zwei Blitze ins... Ist mega. Ja, ist eigentlich schon gut. Haut die Herzen rein. Also die Dark Triade haben wir. Wir haben jetzt noch eine, ne? Die Dark Triade und Iona haben wir. Die Epikon Priestlicht. Kommt. Feuert das an, ja. Ja, Crow auch geil. Auch. Nehmen wir auch. Ja, von mir aus für Raid. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Eine. Chat eine. Nee, ne? Nicht so ganz. Aber hier. Ah ja, den nehmen wir noch. Ja, vielleicht hat es den auch noch nicht, ja? Belagerungskampf. Läuft. Schade. Schade, schade, schade. Aber wir hatten zwei Stück hier. 38% haben recht gehabt. Und zweimal nicht Hall of Heroes. Yes. There is a gentleman. So muss das sein. Nur so und nicht anders. Ich finde die Rate auch mega. Ich finde die Rate definitiv auch mega. Auf jeden Fall. Äh, darfst du... Äh, Chris, klar, gerne. Chris Mode. Chris Mode. Gerne, gerne, gerne. Machen wir, okay. Dann haben wir noch zwei Openings danach. Zwei Openings. Mal gucken. Mal gucken, ob was Gutes dabei ist. Okay, aber jetzt hier. Wir haben noch Blessing. Wir haben noch Blessing. Pörner wünscht er sich. Ich weiß, die Chance ist gering, aber hey. Schickst du mir nochmal Login-Daten, Chris? Das wäre voll, voll lieb. Komm. Komm. Ich soll nicht bei einem bleiben. Oh, nee. Hast du nochmal einen Skill-Up mehr oder so? Lass dir nochmal einen Skill-Up mehr. Hast du nochmal einen Skill-Up? Ah, nach der Fahrschule? Hast du jetzt Fahrschule oder was? Ah. Lass dir nochmal einen Skill-Up mehr. Komm. Ah ja. Sierra, brauchst du Sierra? Das ist jetzt nicht das Kennen-Girl. Sierra, brauchst du Sierra? Come on. Wie RIP. Nee, das ist nicht RIP. Er muss aber reinschreiben hier. Ich sehe ihn noch nicht. Ich sehe noch nicht, was er geschrieben hat. Komm. Ganz klar. Ja, Sierra kann man noch zweimal oder dreimal gebrauchen, ne? Das will ich nur sagen noch. Sierra. Ah. Hast du noch nicht gehabt? Gleich gucken. Sehr nice. Sehr nice. Gucken wir mal. Hier jetzt nicht dabei. Wo ist denn das Lager nochmal? Ah, hier. Gucken wir nochmal hier. Sierra hat. Nee, keine Sierra. Gesendet, Caro. Sehr schön, Chris. Dankeschön. Ah. Das gefällt uns doch. Puh. Nee, nee, nee. Nicht Puh. Nice. Das ist eins meiner most... Ohne Scheiß. Was ist das denn? Ach Gott. Das ist nicht RIP. Es ist nicht RIP. Weil auch zwei Sierras kann man sehr gut nutzen. Ach du Scheiße. Scheiße. Zurecht, Lippels. Was? Oh mein Gott. Zweite, Sierra. Back to back. Hahaha. Ich kack mich weg. Lol. Hahaha. Ohne Scheiß. Ich sag nur BK. Wie hoch ist die Chance? Keine Ahnung. Scheiße. Ach Gott. Ettrick. Nee, das wär's. Das wär zu krass. Das wär schon wieder zu krass. Der von damals schenkt Toboe einen Zapier. Dritter Zapier. Der von damals, was er hier schon geschenkt hat. Dankeschön, der von damals. Und Toboe, ich hoffe, du bedankst dich. Dankeschön für deinen Support hier. Oh mein Gott. Nein, nicht Blessing. Zwei Sierras sind nice. Nee. Also zwei Sierras, zweite Sierra. Auf jeden Fall kein Blessing. Keinen Fall. Auf keinen Fall. Ai Gott. Ey, was haben wir hier für einen Account? Zwei war Sierra hintereinander. Er rimmelt trotzdem meinen Caps wieder. Nee. Nee, 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 nee. Zu viel Devils. Ja, das stimmt. Devils brauchen hier richtig viel. Ich hoffe, du hast einen Bon Devil in uns hier. Im Petto. Im Petto. Okay, noch zwei Stück. Zwei Stück auf diesem Lucky Account hier. Das hatten wir doch schon mal mit Sierra. Ja, ich glaube auch vor zwei Jahren. Aber nicht so krass. Da hatten wir nicht back to back. Der von damals. Spend dir Laune hier, oder was? Spend dir Laune, oder was? Der von damals. Hier nochmal. Ein ganz großes Dankeschön für deinen Support hier. Für einen, noch einen verschenkten Sub hier an. Cameo 1501. Dankeschön für deinen Support. Ey, so ein Lucky Account hier. Zwei noch. Cameo schickt Herzen rein. Sehr schön. Der hat, wer hat zu viel Geld? Ja. Vielleicht sagt er sich auch, weißt du was? Die Caro, die, 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 die hat's verdient. Nein, danke. Drei Sierra? Ah, das wär, das wär zu krass. Das wär schon wieder zu krass. Das wär zu krass. Hier hast du nochmal eine Skill-Up-Triade. Ja, für deine Dark-Triade, die wir gezogen haben. Ich hoffe, du bist zufrieden mit deinem Opening. Ich hoffe, du bist zufrieden mit deinem Opening. Ja, also die Ausbeute. Wir gucken uns mal ganz kurz nochmal die Ausbeute an. Wir haben, wie gesagt, Teor gezogen. Teor, zweimal Sierra. Ohne Scheiß. Kann man die erwecken? Oh, nice. Hier, guckt euch an. Och Gott, ist das nicht nice. Jaja. Komm, einer, einer reicht erstmal. Ist das nicht Wahnsinn? Zwei Sierras gezogen. Wunderbar. Und wir haben natürlich hier... Wo ist sie? Wo sind sie? Hä? Hab ich die weggepackt? Nee, hier. Hier, einmal noch. Ja, die Triade. Und nochmal Iona. Und nochmal Iona. Wir können nochmal gucken, ob hier noch irgendwo... Okay, das können wir auch noch machen. Erfolgreich Beschwörer-Event. Äh, ja. Zurück. Hallo. Zurück, please. Nicht hier rumbacken. Wir haben noch zwei Openings dann, ne? Ja, ja, wir gucken mal. Ah, ja. Guckt es euch an hier. Oh, da haben wir noch was Stones hier für dich. Ja, Stones machen wir nicht bei ihm. Wir haben nochmal 100 Crystals. Und hier ist er. Gargoyle. Gargoyle. So, Gargoyle ist... Und, Freund, wir wollen wieder Wind, denke ich mal. Also, ich schätze mal... Ja, du hast noch keinen. Deswegen, wir wünschen uns Wind. Wind oder Feuer? Eins von beiden. Wind oder Feuer? Wind oder Feuer? Ja, er hatte bis gerade auch noch keine Sierra. Oh, Wind. Also, ich glaube, dein Account, ja? Der ist es, ja? Ohne Scheiß. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich meine Sierra gezogen habe. Und du hast gleich zwei an einem Tag gezogen. Deswegen, also, ich schätze mal, du wirst richtig, richtig, richtig glücklich sein.